lol der hat das spiel verlassen nachdem ich ihn geklickt hab oh fuck lol 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 hallo leute ich bin miro und auch an sylvester geht es weiter mit rainbow succeed road to diamond heute gibt es zwar keine spezialfolge wie an weihnachten aber ich wünsche euch trotzdem dann viel spaß beim rutsch ins neue jahr und ja jetzt erstmal viel spaß mit der neuen folge los geht's ok es wird irgendein breaching charge angebracht ich glaube war an der wand ja weil eine batterie da glaub ich nicht reicht so so nice Und Schild. Schild? Ich hab noch ein C4. Du hast von der Bühne getroffen. Ja, von der Bühne aus. Bist du tot? Ne. Ich hab den verletzt. Ich weiß aber nicht, ob er auf dem Boden ist. Ja, wie gesagt, für mich bin ich ein C4 geworden. Ja, wir sind hier gerade auf der anderen Seite. Ich hab, glaube ich, die haben mal zu Boden geschossen, aber man kriegt ja hier nicht die Anzeige. Auf jeden Fall, hier drüben sind sie noch am Ofen. Oh, hier drüben ist er verletzt. Kann ich den da noch holen? Ich kann's versuchen, da musst du aber die Tür hinten im Blick halten. Okay, einer ist tot. Hier ist irgendwo eine Kamera entdeckt. Ja, scheiß drauf. Einer ist schwer verletzt. Da liegt scheiße, da liegt scheiße. Wenn ich an der Tür vorbeigehe, ich will nicht, ob ich da noch stehen. Wenn der mal hier rüberkommt, ist alles gut. Ja, komm her, komm her. Also einer ist hier echt komplett mit der Kamera beschäftigt. So, ich hab den wieder geholt. Ich komm wieder zu dir. Und wenn's stimmt, dann ist Thatcher am Boden. Wenn ich's richtig hab. Bist. Treppenhaus. Wow, 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 wow. Ne, es sind noch zwei. Die sind beide auf der Seite hier. Ja, jetzt kommt, jetzt kommt's Schild. Schild ist weg. Oh, durch die Decke, durch die Decke. Ah ne, das ist unser Mann. Unser Mann. Easy going. Schießt der auf ein Ziel, oder? Okay, ich wurde gespottet. Also der Typ ist grad an der Kamera. Wo ist die Kamera? Weiß ich auch noch nicht so genau. Ich hab ihn gehittet. Der ist auf der Treppe oben. Er dürfte auch nicht mehr viel haben. Ich hab den jetzt schon zwei, dreimal getroffen. Okay, jetzt muss er was tun, ansonsten haben wir einfach gewonnen. Haben. Aber auf der anderen Seite wurde schon irgendwie die Scheibe eingeschlagen. Also, ich weiß nicht, ob hier irgendwo einer sitzt. Das haben Schüsse. Okay, wir sind schon einander zu wenig. Okay, ich move rein. Ah, der ist hier oben verreckt. Unser Kollege ist grad hier irgendwo verreckt. Keine Ahnung von wo das kam. Kann einer sehen, ob der Boden verstärkt ist? Ne, der ist frei. Dann versuche ich... Warte, bleib mal, wo du bist, bleib mal bitte hier im Raum. Ich versuche den mal rauszulocken, indem wir... Ah, fuck, oben, Kamera. Ja, kaputt machen. Ich versuche den mal rauszulocken, indem ich jetzt das von Weidenbreacher... Mal gucken, ob er jetzt denkt, dass wir da hingelaufen sind. Das ist echt ein Problem, der kann uns jetzt jederzeit in den Rücken fallen. Ihr habt das davon? Ich geh nochmal kurz in die Kamera. Scheiße, die ist kaputt, meine eine hier. Okay, wir müssen jetzt hier langsam was tun. Ich geh jetzt runter. Wir müssen uns halt einfach mal ein bisschen bewegen. Nicht jedes Mal jede Scheiße abwarten irgendwie. Das kostet zu viel Zeit. Ist das Loch? Kannste gerne, ja. So, in dem Raum sitzen halt, wie gesagt, auf jeden Fall zwei. Also könnte einer noch hier umherlaufen. Jeder Dinger? Ja. Hier ist nicht verstärkt, oder? Du stehst mitten im Raum hier, um diese Dinger zu zerstören. Du stehst uns gerade allen nur weg. So, jetzt ist Dingens da. Sledge ist angekommen. Kann man hier breachen ja eigentlich schon, oder? Ja, ja. Dann lass uns dort rein breachen, ja. Jeder in Position. Bin ich. Unser Kollege ist tot. Ah, das ist nur dieser Seitenraum. Da siehst du nicht viel. Aber ich will es nicht woher gehen hier. Schau, weil die Tür ist ganz hier. Na, das wird wahrscheinlich einer davon sein, der hier unterwegs ist irgendwie. Scheiße. Ach so, hier hast du Geisel. Ich hätte jetzt schon fast in den Kopf geschossen. Ich glaube, der kriegt gerade auf dem Boden irgendwie lang. Ich auch gerade. Halbe Minute, wir müssen jetzt was tun. Ja, dann rein. Ja, ist rein. Ich mach hier auf gleich bei der Geisel. Ich breacher den. Ah, das ist ne Mine, ne? Ne Mine, scheiße. Falsche Seite, ich kann die nicht. Andere Seite muss ich kaputt schicken. Scheiße. Geht's rein. Fuck it. Warum sei... Ihr seid in die Mine reingelaufen? Nicht, Rick ist in die Mine reingelaufen. Die war doch weg bei mir. Die war nicht weg. Tot. Hört doch mal auf, Alter! Bist denn du geistig behindert? Das noch mehr zu öffnen. Wie bist du Anti-Mate hier schon wieder? Wer rennt denn hier umher? Ist das der da oben? Bin ich Sarah. Auf jeden Fall okay. Habt ihr die... Okay, Rick hast... Hast du den Blick komplett auf das große Tourner? Wo... Womit's jetzt? Na, wo du grad bist. Ja, ja. Da ist das große Tour dahinter. Also wenn sie da durchkommen, machst du ne Ansage, ja? Mach ich. Da kommt noch einer bei mir. Tot. Er ist doch schon tot. Jetzt hör doch mal auf, immer los zu sprain. Macht der andere hier neben mir. Ja, ich glaub ja, dass du ihn nicht geballert hast. Aber das ist doch scheiße. Ich hab extra das vorhandene Loch genutzt, um die Tür nicht zu zerstören. Und der rastet hier, glaub ich, komplett oder aus? Richtig. Jetzt bei mir. Bei dir? Also, ich hab die Tür an sich im Blick. Ja, okay. Ich geh mal hier rüber. Dann wechsel mal rüber. Gehittet. Okay, es sind nur noch zwei. Wir sind noch komplett. Ganz easy going. Termite ist bei euch. Ja. Ah, hat mich. Scheiße, hat mich. Hast du ihn gehittet? Ja, er hat ihn gehittet. Aber er ist noch da. Okay. So, Mourinho. Ich hoffe mal, du vertraust mir jetzt hier. Und... Hilfst mir. Ich mach jetzt hier wieder zu. Wieso? Alter, Rick, wieso kommst du hier auf meine Seite jetzt rüber? Wenn ich hier schon am Gucken bin. Ich hab ihn nicht gesehen, sorry. What the fuck? Wo kommt das her? Hä, wo hat der hergeschossen? Achso, hier gibt's ja keine Kamera. Okay. Nur noch einer. Dumm, dass ich unbedingt gucken musste. Das war echt nicht schlau. Ah, okay. Rick, hinter dir ist die Wand weg, ne? Da wurde ich nämlich durch weggeballert. Hier? Ja. Da ist nämlich, glaub ich, auch der Letzte. Das müsste Thatcher oder so sein. Da ist er. Nice. Tada. Wieso hab ich den Breach nicht gehört? Das muss doch eigentlich ein Turmheit gewesen sein. Ich hab auch nichts gehört. Ich hab auch nichts gehört. Müssen auch aufpassen. Nicht, dass hier welche in dem Turm drin sind und uns dann in den Rücken fallen. Ja. Wenn du uns... Und dann ist die Tür aufgegangen. Tot. Cool. Dann hast du mir grad wieder fast vor der Waffe gerannt. Ja, ich bin extra... Unser Kollege ist schon tot. Ich geh da mal mit hin. LOL. Der hat das Spiel verlassen, nachdem ich ihn geknitt hab. Oh fuck. LOL. LOL. Okay. Der hat zwei von uns und hat dann mich eigentlich beim Hochziehen gesehen und ist dann... Ja. Alles klar. Da ist eine Mine, ne? Siehste? Ja, ich seh ich. Die müssen wir aber von der anderen Seite her zerstören. Wo ist die Kamera? Kümmer du dich um das Fenster? Ich mach die Kamera weg. Wenn ich weiß... Ich bin dunkel, ey. Ja, ich weiß. Das ist echt ein bisschen uncool. Ach. Keine Ahnung wo die Kamera ist. Scheiß drauf. Die sind... Achso wir sind ja auch schon wieder... Nur noch drei. Der letzte, ja. Da ist er noch. Nein. Der hat eine Shotgun. Also von Weitem ins Fenster schauen. Dann hat's nur bleibs. Ja. Bin auch gespottet. Ja. Ich bin ruhig dran. Da liegt hier unten, oder? Ja, ich glaube. Ach, pass auf, ne? Geisel ist hier unten. Da liegt hier nur so im Bett oder so was. Seht ihr nicht. Meinst du hier im Raum drin, ne? Ja. Oh Frank, ja. Da liegt er. Die Matratze ist penetrierbar, ne? Also einfach durchheißen. Der andere ist gerade durch, der andere ist gerade durch. Okay, der hinten ist tot. Kann ich einfach mal reinputzen, den ablenken? Äh, ja, dann go, go. Nice. Hättest'n fast noch messern können, so nah wie der rangekommen ist. Ja, ja. Krieg du sagt Bescheid, ne? Wenn was ist bei dir. Ja. Alter. Der Typ, der geht... Wieso nimmt er keine Shotgun da? Zwei Schüsse, da ist das Ding weg. Jetzt macht er die Tür schon kaputt, oder was? Kannst du mich gerade verarschen? Warte, ey. Wieso sind jetzt die gerade zwei Leute da reingekommen? Spiel haben wir noch nicht mit. Ja, aber normalerweise bei Rank... Ja, bestimmt als letzte Runde, oder so. Keine Ahnung. Ja, bei mir ist was. Okay, wir haben nur noch zwei Gegner, der eine hat das Spiel verlassen. Warte, bleibst du stehen, Miro? Ich geh jetzt zum Weg. Ich bleib bei der Tür, ja. Also bei der, ähm, Bühnentür. Oh, hinter mir, hä? Haben die hier schon wieder irgendwas gebreached, ne? Wo bist du dort? Hat mich jetzt beschossen? Na, ist der oben noch da? Der oben ist noch da. Was, was schießt denn hier auf mich? Durchs, durchs Ratten, durchs Rattenloch. Da ist ein Rattenloch an der Tür. Ja, ja. Ey, ich hab' ich bloß noch zehn. Bei uns hier drüben auf der anderen Seite... Lol, die anderen verlassen auch direkt über das Spiel. Wir haben nur noch zwei Gegner. Tot? Nicht! Achso, ich wollte schon sagen. Der Bieber brennt mir voll in der Waffe, der Vollidiot. Scheiße, hier kann man kein Schild aufbauen. Ich wollte jetzt vor das Loch ein Schild aufbauen. Da unten das Loch, das hab' ich nicht gesehen, ey. Ja. Naja, hab' ich jetzt gerade auch erst entdeckt, als du beschossen wurdest. Generell. Können wir uns aber merken. Ist eigentlich ganz gut. Wurde entdeckt. Ja, ist egal. Es ist ein Typ. Ja, ja. Entweder er ist an der Kamera und entdeckt uns, oder er greift an. Ja, Bieber legt sich direkt vor den Türschlitz. Bei Rick? Bin. Oh ja, hier ist was passiert. Oh, jetzt kam der wieder durch das Loch. Oh, ich bin so dumm. Ja, der ist halt immer noch in der Küche da, an dem Loch. Lass den, also... Der muss kommen. Hm. Das war echt dumm. Der hat kurz ein bisschen Stress gemacht. Du... Du kannst den nicht eher sehen, als er dich, wenn du dort hingehst. Ah, ok, ok. Weil er hat einen längeren Winkel als du. Ah, die Küche... Achso, die Kamera hat er mit Sicherheit schon zerstört. Hoch. Hoch. Ist das der Küchenbereich hier? Dining Hall Corridor. Also normalerweise müsste er hier durch. Ok, jetzt muss er irgendwas tun. Jetzt muss er übelst pushen und vier Leute wegholen. Ja, er kommt wieder durch. Ah, ja, ich spotten. Ist tot. Und damit ist das Match wieder vorbei. Ein relativ entspannter Sieg für uns. Bis auf die dumme Aktion ist von mir am Ende. Aber ansonsten lief alles ganz gut. Ich hoffe euch hat die Folge gefallen. Und wie gesagt, ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Trinkt nicht zu viel. Betreibt es nicht. Und dann sehen wir uns hoffentlich im neuen Jahr wieder. Bis dahin. Bye, bye Leute. Und... Ciao. 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 Ciao.